Über diese Persönlichkeitsentwicklung in Unternehmen würde ich jetzt gerne noch etwas ausführlicher sprechen. Und Sie sprechen ja immer von dem Kulturwandel. Ich glaube, so heißt ja auch dieses Beratungs-Kulturwandel.org. Nehmen wir doch mal an, ein Unternehmenschef tritt an Sie heran und er möchte jetzt seine Mitarbeiter begeistern. Er möchte Sinn bieten und den Unternehmenserfolg steigern mit Blick auf den Untertitel des Buches Führen mit Hirn von Ihnen. Das hat der Verlag da reingeschrieben. Ja, die Verlage haben da manchmal so ihre eigenen Wörter und wohl wissen, dass es, da gibt es kein Patentrezept, das ist mir vollkommen bewusst. Wie gehen Sie vor, wenn Sie so angesprochen werden? Was sind die Fragen, die Sie zu Beginn einer solchen, zu Beginn dieser Kennenlernphase mit Unternehmen stellen? Ich kriege, also ich kriege relativ schnell ein Gefühl, wie die Menschen ticken. Und was wichtig ist zu Beginn, also mindestens zu Beginn, aber auch während der Phase, in der ein Unternehmen sich mit sich selbst auseinandersetzt, ist die Frage, wie sehr sind die Führungskräfte gerade der oberste Führungskreis bereit, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und wenn ich merke, dass da Chefs sind, die sagen, ja, wir brauchen hier einen Wandel und bei meinen Mitarbeitern musste das und das und das geschehen, dann merke ich, relativ schnell haben die wirklich kapiert, worum es geht. Ich nenne mal das krasseste Negativbeispiel, was ich jemals erlebt habe, das war ein Geschäftsführer eines mittelständischen Nahrungs-, das war ein Familienunternehmen, er kam vorher von einem großen Nahrungsmittelkonzern und war da als Geschäftsführer eingestellt. Und er stand dann mehr oder minder das erste Mal, als ich mit seinen 50 Führungskräften arbeitete, vor denen und sagte, so, jetzt hören Sie dem Pups Partygul genau zu, ist unsere letzte Chance. Ich dachte, alter Schede, das ist dein Intro und das war, im Verlauf ging es dann so weiter, dass wir uns zu einem mehrtägigen Workshop getroffen haben, ich mit seinen Führungskräften und er kam mittags dazu. Und er ist am nächsten Tag mittags wieder abgehauen, weil er so viele andere Sachen zu tun hatte. Und dann bin ich zum Personalchef und habe dem Angebot gesagt, was halten Sie davon, wenn wir den Prozess einfach beenden, weil ich glaube nicht, dass es hier funktioniert. Aus zwei Gründen. Erstens, ich glaube nicht, dass Ihr Geschäftsführer hier wirklich kapiert, worum es geht. Und zweitens, so wie er mich hier eingeführt hat, erleben mich doch Ihre Führungskräfte als einen verlängerten Arm von ihm. Und die vertrauen mir nur zum Teil. Und das war ein Riesenauftrag. Das war irgendwie ein 80.000-Euro-Auftrag. Aber ich habe gemerkt, es funktioniert nicht. Und wir haben das dann auch beendet, relativ schnell. Also was es braucht, ist eine Führungsmannschaft. Und ich nenne mal ein Positivbeispiel. Also mein Lieblingsbeispiel ist die Otto-Gruppe aus Hamburg, wo die, als sie festgestellt haben, also die haben ja 2014, 2015 in diesem ersten Jahr der gesamten Unternehmensgeschichte, in dem sie rote Zahlen geschrieben haben, haben die schnell herausgefunden, wo das Problem ist. Nämlich die Art und Weise der Zusammenarbeit. Und Tobi Krüger, der heutige Kulturwandelverantwortliche bei der Otto-Gruppe, hat damals, der war damals noch Strateger, hat damals die Geschäftsverordnung vorgeschlagen, sich mit Kulturwandel zu beschäftigen. Und dann haben die etwas gemacht, das ist bilderbuchmäßig. Dann haben die die Führungskräfte, also der Vorstand, diese fünf, sechs Personen damals, sich erstmal einige Monate lang nur mit sich selbst beschäftigt. Jeder von denen hat sich 50 Menschen aus der Mannschaft gesucht und hat sich von denen Feedback geholt und hat gesagt, was sehen wir hier noch nicht, woran müssen wir arbeiten? Nur bevor die überhaupt begonnen haben, irgendwie das Thema Kulturwandel groß zu machen, haben die ihre Hausaufgaben gemacht. Und Alexander Birken, der CEO von Otto, hat mir erzählt, der sagt ein, ein bis drei Tage verbringen die heute noch pro Monat damit, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und das ist das allererste. Das Wichtigste ist, dass die oberste Führungsmannschaft anfängt, die Leichen aus dem Keller zu räumen, dass die unausgesprochenen Dinge ausgesprochen werden, dass die erstmal anfangen, ihre Beziehung miteinander zu klären. Denn wenn die ihre Beziehung nicht klären, haben sie Stellvertreterkriege darunter. Dann kann man zwar sagen, die machen hier Kulturwandel, aber dann werden die Mitarbeiter von Vorstand A sich mit den Mitarbeitern von Vorstand B die ganze Zeit irgendwie kabeln. Und also das ist Schritt Nummer eins, was es braucht. Die obersten Führungskräfte müssen an sich arbeiten wollen und das auch tun. Das Zweite, was wichtig ist, ist das Mitgestalten lassen dieser Veränderung durch Menschen aus der Mannschaft. Also ein Vorstand oder eine Geschäftsführung sollte den Kulturwandel legitimieren, aber sie sollten ihn nicht vorantreiben, weil dann ist es wieder eine Häuptlingsveranstaltung. Idealerweise wird ein Kulturwandel von Protagonisten aus der Organisation vorangetrieben, die davon auch betroffen sind. Also dass man aus jedem Bereich jemanden hat, der da mitwirkt. Also idealerweise hat man jemanden aus dem Kommunikationsbereich, jemanden aus dem HR-Bereich, jemanden aus dem Marketing, jemanden aus dem Sales. Menschen, die ihre Organisation repräsentieren und die ein anderes Gespür dafür haben, wo tut es hier eigentlich weh. Weil die ganz oben kriegen doch meistens nur gefilterte Informationen. Das heißt, was ich oftmals, also natürlich frage ich dann die Geschäftsführer, okay, haben Sie eine aktuelle Mitarbeiterumfrage, wissen Sie, was da so rausgekommen ist? Woran machen Sie fest, dass es nicht so ist, wie es sein könnte? Woran würden Sie festmachen, dass es wieder so ist? Und dann kriege ich manchmal so schöne, also klassische Beispiele sind Unternehmen, die irgendwo intern ein bisschen was gemerdigt haben und sagen, wir haben hier umstrukturiert und uns ist dabei etwas verloren gegangen. Und das, was uns verloren gegangen ist, das hätten wir gerne wieder. Und dann frage ich, was ist das? Und dann sagen, ja, wir können es nicht genau beschreiben, aber wir spüren das. Und das ist schon mal gut. Und dann merkt man, okay, die haben irgendwie zumindest, haben sie noch einen Bezug zu ihrer Organisation. Und das sind so erste Bespräche, die stattfinden. Und das allererste, was ich dann gerne mache, ist, dass ich sage, okay, dann lassen Sie mal Folgendes machen. Wenn es kleine Unternehmen sind mit ein paar hundert Mitarbeitern oder bis zu tausend Mitarbeitern, sage ich, dann lassen wir uns mal alle in einen Raum holen. Ich halte meinen Vortrag zum Thema Kulturwandel. Und danach lassen wir den Menschen miteinander arbeiten. Und am Ende des Halbtages oder am Ende des Tages werden ihre Menschen ihnen sagen können, woran diese Organisation arbeiten müsste, damit es wieder anders wird, damit es besser wird als zuvor. Das heißt ja nicht immer, dass es schlecht ist. Aber selbst wenn es gut ist, gibt es ja immer noch ein besser. So lasse ich das Ganze dann gerne mal beginnen. Wie sieht es dann konkret aus? Sind das dann Workshop-Reihen oder sind das richtige Beratungsprojekte, wo sie vor Ort sind viel? Ja, ich halte ja viel davon, minimalinvasiv zu arbeiten. Also ich glaube, dass es sicherlich Themen gibt, wo es sinnvoll ist, dass Berater viel Zeit vor Ort verbringen. Beim Thema Kulturwandel halte ich es für sehr sinnvoll, dass Berater möglichst wenig Zeit vor Ort verbringen. Das heißt, an bestimmten Stellen Impulse geben, der Organisation helfen, dass sie den Prozess einmal sauber aufsetzen, dass sie die richtigen Protagonisten finden, dass dann so eine Art eines Kulturwandelteams entsteht. Und dieses Kulturwandelteam dann wirklich minimalinvasiv zu begleiten. Das heißt, denen einmal zu helfen, dass sie herausfinden, was ist unsere Aufgabe, wie arbeiten wir mit der Geschäftsführung zusammen, was ist unsere... Also dafür zu... Hier ist ein ideales Szenario. Geschäftsführung sagt, ja, wir wollen das. Ganz viele Menschen sind in einem Raum, ich gebe eine Keynote, danach arbeiten alle im großen Workshop daran, was haben wir gehört, was müsste sich bei uns verändern, was wäre dadurch anders. Das Ganze zusammentragen, priorisieren. Zum Schluss kriegt sie die Geschäftsführung in die Hand gedrückt. Nächster Schritt, Geschäftsführung sagt, super, wir finden das klasse, lasst uns daran arbeiten, wer hat Bock. Dann findet sich ein Team von maximal zehn Personen, Kulturwandelteam oder wie auch immer man das mag. Mit diesen Menschen arbeite ich dann zwei Tage, dass die wissen, wo wollen wir eigentlich hin, woran messen wir Erfolg, also woran merken wir, dass das, was wir erreichen wollen, erfolgreich ist. Was kriegen wir an Freiheiten durch die Geschäftsführung? Wie kommunizieren wir mit der Geschäftsführung? Und diese Menschen fangen dann an, tatsächlich Projekte zu entwickeln und in der Mannschaft Menschen zu suchen, mit denen sie dann Projekte umsetzen. Und was das für Projekte sind, das hängt davon ab, was die Organisation braucht. Die Erfahrung zeigt, ein Projekt hat immer mit Kommunikation zu tun. Und die anderen Projekte sind dann wirklich sehr abhängig davon. Manchmal hat es mit, dass sie sagen, Innovation. Manchmal beschäftigen sie sich mit Prozessen und Strukturen, mit was auch immer. Und meine Arbeit ist dann, oder die Menschen, ich habe eine Beratergruppe, Unternehmenswandel heißt, ich nenne das immer die X-Mans. Wir sind so eine Gruppe von Menschen, die sehr unterschiedlich sind. Wir haben eine Profilerin dabei. Wir haben zwei klassische Ex-McKinsey-Berater dabei. Wir haben jemanden, der Flugzeugingenieure, oder einen Flugzeugingenieur. Wir haben jemanden, der bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mit Regierungen gearbeitet hat weltweit. Und manche von uns, also manchmal hat man Unternehmen, die sagen, oh, wir wollen ja aber, die wollen einfach viel Geld ausgeben. Die sagen, ja, also ich kann problemlos mit 500 Menschen alleine in einem Raum sitzen und mit denen arbeiten. Es gibt dann aber manchmal Eigentümer, die fühlen sich besser, wenn wir da mit zehn Leuten aufschlagen und dann einfach zehnmal mehr Geld zahlen wollen. Kein Problem, machen wir auch. Natürlich kann man ein bisschen mehr effektiv und schneller auf den Punkt. Beides funktioniert. So, und die Erfahrung ist, das Minimalinvasiv ist minimalinvasiv. Manchmal ein bisschen beratend mit der Geschäftsführung zu arbeiten und denen zu helfen, zu verstehen, wie dieser Prozess laufen könnte. Das hilft denen, um zu wissen, wann lassen wir los, wann müssen wir uns keine Sorgen machen. Und dann dieses Kulturwandelteam dabei zu begleiten, dass sie ihre Position, ihre Rolle, ihren Purpose finden. Und dann legen die los. Und dann erlebe ich Organisationen, bei denen meldet sich so ein Kulturwandelteam nach sechs Monaten mal wieder. Weil die haben ganz viel schon geschafft und brauchen jetzt nochmal einen Tag mit mir. Was es aber braucht, ist etwas, was ich sehr wichtig finde, um den Wandel schnell spürbar zu machen. Ich nenne das die Kulturwandel-Tools. Das sind Methoden, die wir über Train-the-Trainer-Konzepte einzelne Menschen in der Organisation zeigen. Und die diese Methoden dann in die Organisation reinbringen. Also dafür bringe ich dann auch drei oder vier Tage mit zehn, manchmal zwanzig Menschen, manchmal fünfzig Menschen. Also wie jetzt eine Organisation sind, 5000 Mitarbeitende. Da braucht man jetzt schon ein paar Menschen mehr, die sowas reintragen. Dann habe ich mit fünfzig Menschen gearbeitet, habe den Methoden gezeigt. Und die tragen diese Methoden in die Organisation. Und diese Methoden sind dafür da, um ganz schnell den Wandel spürbar zu machen. Also dass Menschen plötzlich merken, Mensch, wir kommunizieren hier anders miteinander. Wir gehen Teammeetings anders an. Wir gehen anders mit Konflikten um. Und dass die Organisation relativ schnell so ein Erfolgserlebnis hat von, wow, Kulturwandel ist ja nicht irgendwas Abstraktes, wo irgendwelche Leute irgendwie Strukturen, Prozesse und sonst was verändern, sondern Dinge sind plötzlich anders. Und das sind so diese drei Ebenen. Also die eine Ebene ist Beratung. Da behaupte ich immer, es braucht relativ wenig, minimalinvasiv. Die zweite Ebene ist eine systemische Prozessbegleitung. Das ist, man arbeitet dann mal ein paar Tage mit so einem Team und hilft ihnen, dass sie alleine auf Antworten kommen, die sie sowieso schon in sich tragen. Aber ich gebe ihnen einfach den Rahmen, dass sie schnell an die Antworten kommen. Und die dritte Ebene, das sind diese Kulturwandel-Tools. Das ist dann diese Ebene, auf der der Wandel relativ schnell für einen Großteil der Mannschaft spürbar wird. Was ist Ihr Lieblingstool? Feedback. Wie sieht das aus? Feedback ist deswegen ... Also wie sieht Feedback aus? Also Feedback am Ende des Tages, wenn Feedback richtig gut funktioniert, sind Menschen in der Lage, in jeder Situation, in der etwas passiert, wo man sich irgendwie auf die Füße getreten fühlt, das auch aussprechen zu können. Damit man da hinkommt, muss man das aber lernen. Und das reicht nicht rein kognitiv. Es gibt jetzt, wir sind hier in Hannover, es gibt hier eine Kinderklinik. Da haben wir gerade vor ein paar Wochen damit begonnen. Da habe ich, glaube, 30 Menschen intern durch Train-the-Trainer-Trainings dazu befähigt, dass die jetzt mit den anderthalbtausend Menschen in ihrer Organisation Feedback-Trainings durchführen. Das heißt, jeder Mitarbeitende wird anderthalb Tage mit seinem Team, mit einem Trainer zusammensetzen. Da wird erst mal das Why vermittelt, warum ist Feedback so wichtig. Da habe ich dann einfach tolle Modelle mitgebracht, ein bisschen Neurowissenschaft und so. Zweitens, die erlernen, wie gibt man Feedback? Also wie nehme ich Feedback? Wie gebe ich Feedback? Und dann erleben die ganz viel Feedback. Also in diesen Trainings beginnen die schon durch ganz, ganz viele verschiedene Prozesse, unausgesprochen das mal auszusprechen. Und durch diese Erfahrung von, boah, hier verändern sich ja Beziehungen schon, gehen die nach anderthalb Tagen da raus mit einem ganz anderen Gefühl und der Erfahrung, Mensch, das macht dir wirklich einen Unterschied. Und dann hat jeder von denen so eine Karte in der Hand, wenn er weiß, ich will mal wieder Feedback geben. Ich weiß, der Rest der Organisation hat das inzwischen auch gelernt. weiß ich, was ist der erste Schritt, was ist der zweite Schritt, was ist der dritte Schritt. Und als Feedbacknehmer weiß ich auch, wie ich Feedback anzunehmen habe. Und das ist für mich mit eines der stärksten Tools. Ich sage immer Organisation, die nichts anderes, wenn man als Organisation zu wenig Zeit, zu wenig Ressourcen, zu wenig Budget, was auch immer hat, dann sagt, wir können nur eine Sache machen, sage ich dann. Bitte arbeiten Sie am Thema Feedback. Das ist eines der stärksten Tools, um Beziehungsqualitäten zu verbessern. Das ist eines der stärksten Tools, um Verbundenheit zu stärken. Und Verbundenheit ist eines der neurobiologischen Grundbedürfnisse, die wir in uns tragen. Ich glaube, in meinem zweiten Wochen digitalisieren mit hierhin habe ich das auch mal aufgeschrieben. Es gibt ein Unternehmen, die haben das richtig gemessen. Also auch so gemessen, dass ich jetzt darüber sprechen darf. Auf RWE Supply and Trading, mit denen ich seit vielen Jahren schon zusammenarbeite, da sagte die Personalentwicklerin irgendwann, okay, Sebastian, verstanden, du redest so viel über Feedback, jetzt wir messen das mal. Dann haben die mehr oder minder alle Führungstrainings für ein Jahr lang gestoppt, haben einem Teil der Mannschaft Feedback-Trainings verpasst, am anderen Teil der Mannschaft nicht. Und dann haben wir danach im nächsten Employer Opinion Survey, also in der Mitarbeiterumfrage, signifikante Unterschiede gesehen zwischen das sind die Mitarbeitenden, die haben Feedback erlebt und das sind die, die haben es nicht erlebt. Man konnte sehen, dass die Zufriedenheit der Menschen, die begonnen haben, in einer Feedback-Kultur zu leben, deutlich stärker war als die der anderen. Was ist denn beim Thema Feedback ein besonders weit verbreiteter, schlechter Ratschlag? Sandwich-Feedback, total bescheuert. Sagen sie was Nettes, dann die Kritik, sagen sie dann wieder was Nettes. Das wurde viele Jahre mal so gelehrt, halte ich für total bescheuert. Weil? Weil man sich immer was aus der Nase ziehen muss. Ich mir jetzt gar nicht weiß, was will der mir jetzt eigentlich sagen. Also wenn der Aaron jetzt zu mir kommt und mir was sagt, er sagt, hey Sebastian, das fand ich total toll, übrigens da könntest du noch was besser, und das finde ich noch total, denke ich mir, okay, und worum ging es ihm jetzt eigentlich? Wollt ihr jetzt seine Kritik platzieren? Oder, ne, und wenn sie die Kritik platzierten, ist das andere wirklich ernst gewesen? Oder haben sie sich noch was ausgedacht? Total bescheuertes Konzept. Und das ist auch eine der Sachen, die ich in diesen Feedback-Trainings zu Beginn sage. Ich sage, kann sein, dass sie es ja immer gelernt haben. Tun sie mir einen Gefallen, werfen sie es über Bord. Sagen sie entweder das, was ihnen gefällt, oder sagen sie ihnen das, wo sie sich eine Veränderung wünschen. Aber packen sie nicht beides zusammen. Außer, also, wenn ich jetzt mit einem Co-Trainer unterwegs bin und wir dann auf der Heimreise sind, dann geben wir uns natürlich Feedback, hey, was ist uns heute gut gelungen, was hätten wir besser machen können? Das ist vollkommen in Ordnung. Aber wenn wir jetzt zusammenarbeiten im Alltag und ich komme jetzt rüber zu ihnen und sage, Mensch, ich würde ihnen gerne mal was sagen, und dann komme ich mit, das ist gut, das ist Kritik, das ist gut. Total bescheuert. Sie haben in einem Interview gesagt, dass Sie beobachten, dass sich immer mehr Unternehmen mit diesem Thema Kulturwandel beschäftigen. Ja. Wenn ich an die CSR-Aktivitäten von manchen Unternehmen denke. Das ist nicht Kulturwandel, das ist Greenwashing. Absolut, genau. Das ist ja dann häufig sehr schnell Greenwashing, genau. Inwiefern haben Sie denn das Gefühl, dass bei den Unternehmen, die jetzt sagen, wir müssen mal hier Kulturwandel machen, sowas wie Culturewashing dabei ist? Es gibt ja gar nicht so viele. Es gibt ja eigentlich erst seit zwei, drei Jahren sehr viele. Also Gerald und ich haben, ich glaube, 2010 mit unserer Kulturwandelinitiative begonnen und haben in diesen ersten Jahren echt lange suchen müssen, ein Unternehmen zu finden, wo wir wirklich merkten, das sind ernstzunehmende Kulturwandelprozesse, wo wir auch Veränderungen feststellen und messen konnten und auch ganz viele Gespräche. Also es ist ja nicht nur so, wir wollen uns ja nicht mit einem Menschen unterhalten, sondern wir haben viele Menschen in diesen Firmen unterhalten, um zu gucken. Es gab auch Unternehmen, die kamen auf uns zu und sagten, wir machen Kulturwandel. Und dann führten wir zwei, drei Gespräche und merken, nee, kann sein, dass ihr es glaubt, aber es passt nicht so sehr, dass wir das jetzt auf unserer Website veröffentlichen würden. Seit zwei, drei Jahren gibt es aber eine neue Triebfeder. Und diese neue Triebfeder ist die digitale Transformation. Und da kann man im Grunde genommen nicht anders, als sich mit der eigenen Kultur auch auseinanderzusetzen. Ich glaube, wenn man sich ernsthaft mit digitaler Transformation auseinandersetzt, kann das nur gelingen, wenn man sich zugleich auch mit Kulturwandel auseinandersetzt. Und Kulturwandel, warum? Also beim Begriff digitale Transformation muss man nochmal unterscheiden zwischen Digitalisierung und digitale Transformation. Das sind zwei verschiedene Dinge. Digitalisierung heißt für mich, manuelle Prozesse oder physische Prozesse werden plötzlich digital. Also wenn der DAL-Bote bei mir hier vor der Tür steht, hat er heute nicht mehr Papier, sondern er hat so ein Pad, da schreibe ich drauf. Das ist eine Digitalisierung auf eine gewisse Art und Weise. Und da gibt es viele andere gute Beispiele, wie Prozesse digitalisiert werden. Digitale Transformation heißt für mich aber eher eine Veränderung der Zusammenarbeit der Menschen untereinander. Und im Grunde genommen finde ich, dass dieser Begriff digitale Transformation fast noch irreführend ist. Also ich habe natürlich jetzt sehr geprägt durch Kulturwandel. Ich würde wahrscheinlich eher sagen, es müsste heißen, eine durch die Digitalisierung getriebene kulturelle Transformation, die stattfindet. Und die kulturelle Transformation, die stattfindet, ist, Menschen müssen anders miteinander zusammenarbeiten. Dazu gehört beispielsweise, dass die klassischen Hierarchien sich verändern, dass Menschen sich auf Augenhöhe begegnen. Alexander Birken von Otto hat mal gesagt, wir stellen die Hierarchiepyramide auf den Kopf. Ganz so krass muss man es nicht machen. Also man muss auch nicht immer Hierarchien auflösen. Also ich bin auch kein Freund davon. Ich weiß, dass Reinventing Organizations super angekommen ist. Ich weiß, dass einige Organisationen das auch gerne ausprobieren. Ich bin nicht der Meinung, dass man das immer tun müsste. Es gibt sicherlich Teile von Organisationen, wo sowas sinnvoll ist. Aber ich halte nichts davon, Hierarchien komplett aufzulösen. Ich glaube, dass Menschen Hierarchien manchmal auch mögen. Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, denen es ein gutes Gefühl von Sicherheit vermittelt, wenn da jemand ist, der auf einen aufpasst. Das heißt aber nicht, dass dieser Mensch dem da unten sagt, was er zu tun hat. Aber was ich für sinnvoll halte, ist, dass Hierarchien nicht mehr so gelebt werden wie früher. Von ich sage dir, was du zu tun hast. Du bist ja ein Befehlsempfänger. Und im Kontext der digitalen Transformation funktioniert das deswegen nicht mehr, weil die digitale Transformation, ich meine, was passiert denn? Die Außenwelt verändert sich mit so rasend schneller Geschwindigkeit, dass die Firmen teilweise nicht mehr hinterherkommen, Antworten zu finden auf das, was in der Außenwelt passiert. Ich glaube, Benjamin Otto, der Eigentümer, also einer der Eigentümer der Otto-Gruppe, als die sich begonnen haben, ganz offiziell mit dem Thema Kulturwandel zu beschäftigen, stand er vor seiner Mannschaft und hat gesagt, wir als Eigentümerfamilie, wir als Geschäftsführung finden nicht mehr die Antworten, die wir brauchen. Die einzige Chance, die wir haben, ist, wenn wir zugefügt kommen auf das kreative Potenzial, was ihr als Mannschaft in euch tragt. Und was sie damit gemacht haben, sie haben aufgemacht und gesagt, wir wollen, dass ihr mitwirkt an der Zukunft des Unternehmens. Sie haben natürlich dazu auch, was wir machen, es reicht nicht einfach zu sagen, hey, ihr seid eingeladen. Mach mal. Mach mal. Ich kenne Unternehmen, da steht dann ein Geschäftsführer, der sagt, jetzt mach doch mal. Und dann beschwert er sich bei mir, sagt, aber die machen nicht. Ich sage, ja, weil die Prozesse immer noch die alten sind. Sie müssen natürlich Prozesse und Strukturen anpassen, damit Mitarbeitenden überhaupt die Gelegenheit gegeben wird, dass sie sich einbringen können. Also, das hier benötigt es. Und da spielen so viele Faktoren halt mit rein. In dem Moment, wenn das hier stattfindet, passieren ja zwei Dinge. Erstens, Mitarbeiter kann mehr mitgestalten. Zweitens, und das ist oftmals noch das Einfachere, da sind viele, die sagen, oh yeah, da gibt es manche, die sagen, okay, ich warte mal, und es gibt ein paar, die finden es doof. Aber im Laufe der Zeit kriegt man auch viele von denen, die sagen, ich warte mal, die ziehen dann irgendwann mit. Peter Fregiel ist von der Swisscom, mit dem ich früher mal zusammenarbeitete und dadurch, dass ich ihn noch kenne, hat er mir einen tiefen Einblick gewährt in den Kulturwandel bei der Swisscom. Also, das waren, ich glaube, so tief haben die noch nie jemanden reinschauen lassen. Statt denn, ganz viele von denen steht auch in dem neuen Buch oder ich veröffentliche ihn das in irgendwelchen Artikeln, in dem er darüber spricht, dass er anfangs schon viele Menschen hatte, die, also die hatten das Problem bei der Swisscom, die mussten relativ schnell ein neues Produkt an den Markt bringen und konnten es mit den tradierten Prozessen nicht hinbekommen. Und dann haben die begonnen, die Form der Zusammenarbeit zu verändern. Er sagte, ein kleiner Teil ist sofort mitgezogen, ein großer Teil hat gewartet, die sind einfach so nach einem Jahr, anderthalb Jahren, sind die alle mit aufgesprungen. Und er sagt, dann haben wir 10, 15 Prozent, die fanden es doof. Und diese Erfahrung hat man überall. Was ist denn da so der Einwand? Der Einwand? Was ist die größte Angst? Außer jetzt vor der grundsätzlichen Veränderungsangst. Machtverlust. Und die, wir kommen ja alle, wir kommen ja alle so zur Welt. Und dann machen wir alle Erfahrung. Und manchmal machen wir, manche Menschen machen einfach so limitierende Erfahrungen, dass sie dann irgendwann so enden. Und dann ist es egal, was für ein Umfeld ich bekomme. Ich schaffe es manchmal nicht, da wieder rauszukommen. Eckes Granini beispielsweise, der Marketingchef von Eckes Granini, die haben zum damaligen Zeitpunkt, die haben schon 2000, haben die angefangen, also Eckes Granini Deutschland und der Heribert Gatthau haben die damals angefangen, ganz, ganz viel anders zu machen, Menschen richtig mitgestalten zu lassen. Und der Marketingchef sagte mir damals, er sagte, wir haben hier eine Mitarbeiterin, die mir so oft schon eingeladen, die mir so oft inspiriert, die mir so oft irgendwie versucht, die will ihre Vorgaben. Und es gibt Menschen, die haben in ihrem Leben Erfahrungen gemacht, die dazu geführt haben, dass sie dann plötzlich so unterwegs sind. Vielleicht wollen die gar nicht oder die können gar nicht oder es ist eine Mischung aus beidem. Und da muss man auch als Führungskraft an den Punkt kommen, zu verstehen, okay, meine Rolle als Führungskraft ist nicht die des Therapeuten. Also es gibt Grenzen, die kann ich nicht und darf ich nicht und sollte ich auch nicht überschreiten. Und es gibt Menschen, die einfach durch solche Historien dann da so landen. Also das sind so, aus meiner Erfahrung, diese zwei limitierenden Faktoren. Das eine ist, ich bin irgendwie, ich bin ganz happy, so wie es ist und ich will gar nicht mehr. Oder manchmal ist es einfach, ich bin in einer Lebenssituation, ich kann gar nicht mehr. Ich habe so viel Stress an der Backe mit meiner Familie, meinem, keine Ahnung, ich habe eine kranke Frau zu Hause, ich habe ein schwerziehbares Kind, ich habe irgendwie noch meinen Vater, der jetzt ins Pflegeheim gekommen ist, ich kann jetzt nicht noch Vollgas geben bei der Arbeit, ich möchte einfach abarbeiten. Das ist ja auch okay. Solange die Menschen nicht in Widerstand gehen und blockieren. Aber manchmal halt die, die dann blockieren, weil sie Angst vor Machtverlust haben. Und die muss man dann teilweise auch aus dem System rausnehmen. Jetzt gibt es ja, also dieses Thema Kulturwandel und da bringen sie ja wunderbare Beispiele in ihrem Buch Führen mit Hirn und ich kenne es auch aus eigenen Projekterfahrungen, es hat ja nichts damit zu tun, dass wir uns alle lieb haben am Ende des Tages, sondern es lässt sich einen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen messbar machen. Und wie sinnvoll erachten sie es als, aus Beratersicht jetzt, eine solche Aktivität, eine Projektaktivität, wie auch immer jetzt die Präsenzzeit aussieht, zu argumentieren über finanzielle Verbesserungen. Weil die Schwierigkeit ist es ja, dass es natürlich am Ende des Tages immer ums Geld geht. Ja. Aber damit diese Projekte erfolgreich werden, darf es in diesen Projekten nicht ums Geld gehen. Ja. Wie gehen sie damit um? Naja, irgendwie kann es ja doch ums Geld gehen. Also die Frage ist, an welcher Stelle geht es dann ums Geld? Ich meine, die Otto-Gruppe hat das begonnen, weil sie tiefrote Zahlen hatten. Die Frage ist immer, was ist die Triebfeder? Es gibt manche Ausnahmen, ganz selten solche Leute wie Bodo Jansen beispielsweise, der ja einen Großteil seines Umsatzes dafür verwendet, seine Leute weiterzuentwickeln. Es ist eine schöne Inspiration, aber den darf man nicht als Vorbild nehmen, weil die wenigsten Eigentümer wären, glaube ich, bereit, so viel Geld da reinzustecken. Es gab auch so Menschen wie Herbert Gathoff, der Eckes-Granini-Deutschland-Chef, der damals gesagt hat, so wie es früher immer lief, kann es nicht mehr laufen. Das muss anders sein. Aber am Ende des Tages sind die Triebfedern für alle, mehr oder minder, die gewesen, dass sie gesagt haben, wir müssen wirtschaftlich auch anders dastehen. Bei Gathoff war es dann so, dass die waren in der Situation, ich erinnere mich noch, da hat er mir eine Geschichte erzählt, die mussten ihre Preise anheben. In Südamerika sind die Orangen-Lieferanten einfach mal den Preisen hochgegangen. Eckes-Granini-Deutschland musste die Preise hier für den Handel anpassen und eine Handelskette hat die aussortiert. Und dann die ausgelistet nennt man das, genau. Die fanden da nicht mal statt. Und die Antwort darauf kam auch wieder durch so ein Kulturwandel-ähnliches Projekt zustande, dass er gesagt hat, okay, die Antworten kommen aus der Mannschaft. The wisdom of the crowd. Und er hat damals seine Strategie schon von Mitarbeitenden entwickeln lassen, hat gesagt, jetzt werden Mitarbeitende, die auch nicht unbedingt aus dem Verkauf kommen, finden eine Antwort auch auf diese Frage. Das heißt, am Ende des Tages doch hat es immer wieder auch mit Geld zu tun. Und innerhalb solcher Projekte kann es auch sein, dass man sich, ich meine, wie oft wird mit, also FISMA beispielsweise, wie oft die mit Design-Thinking-Prozessen an irgendetwas arbeiten. Worum geht es denn da am Ende des Tages geht es darum, neue Dienstleistungen oder neue Produkte an den Markt zu bringen, die langfristig das Überleben sichern. Und ich würde das nicht trennen. Also ich würde jetzt, das ist dann wieder so wie ein Namentanz. Das ist alles ein bisschen, wir wollen uns alle lieb haben, aber ja, was hilft uns, wenn wir uns alle lieb haben, aber wir machen keine Kohle mehr. Götz Werner hat dazu ja passenderweise mal gesagt, kümmere dich um die Menschen, dann kümmern sich die Ergebnisse um sich selbst. Wie erklären Sie sich denn, dass trotz überzeugender Case-Studies und irgendwie auch, wenn man mit gesundem Menschenverstand mal drüber nachdenkt, dass es total sinnvoll ist, wenn Menschen gerne zur Arbeit gehen, aus Arbeitgebersicht, dass sich trotzdem so viele Unternehmen nicht mal gar nicht damit schwer tun, sondern auch sich gar nicht auf die Reise begeben wollen? Naja, weil der Druck noch nicht stark genug ist. Wahrscheinlich. Ich glaube, früher oder später, wir werden also, Fachkräftemangel ist ... Ja, aber was soll denn, also wie viel Druck soll es denn noch geben, wenn Sie den Fachkräftemangel ansprechen? Der ist ja da. Es ist ja nicht so, dass die sagen, wir finden alle noch die Mitarbeiter, die wir brauchen. Dieses Problem ist ja schon riesig. Das ist genau wie Global Warming. Das Problem ist da, aber wie viele Menschen machen nichts. Ich glaube, es muss einem noch mehr vor die Füße fallen und man muss vielleicht noch mehr mit dem Rücken zur Wand stehen. Also ich erlebe das Thema Kulturwandel, auch wenn es so aussieht, als wären es viele Unternehmen. Ja, es sind viele Unternehmen, aber im Vergleich zu all den Unternehmen, die es in Deutschland gibt, gibt es immer noch einen Großteil. Also ich vermute mal, deutlich mehr als die Hälfte beschäftigen sich nicht damit bisher. Und das wird noch eine Zeit lang dauern. Das wird sich dann verändern, wenn neue CEOs oder neue Eigentümer das Rudel übernehmen. Alles wird sich dann verändern, wenn man noch mehr mit dem Rücken zur Wand steht. Und es wird viele Unternehmen geben, die sich nicht damit beschäftigen und deren Tage dann vielleicht auch gezählt sind. Wenn uns jetzt jemand zuhören sollte, der ... Ich hoffe, uns hört jemand zu. Dann sitzen wir ja ganz umsonst. Jetzt kommt die Einschränkung, weil das hören uns genügend Leute zu. Oder die, für die das Konzept der Selbstständigkeit nichts ist. Und sagt, ich möchte mein Potenzial in einem Angestelltenverhältnis entfalten. Dann stehen ja häufig die ... Aus Bewerbersicht steht man ja häufig vor dem Problem, das ist alles Hochglanz. Ich gehe auf die Webseite, bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Etwas, was ich ja in der heutigen Zeit definitiv nicht auf meine Webseite schreiben würde, weil es so viele machen, die es nicht tun. Was würden Sie denn so einem Menschen mit auf den Weg geben? Welche Fragen sollte die Person im Bewerbungsprozess stellen? Worauf kann sie achten oder sollte die Person achten, um herauszufinden, wie tickt dieses Unternehmen oder wie tickt die Kultur wirklich? Ich würde wahrscheinlich tatsächlich solche Fragen stellen, wie wird ja eigentlich Strategie entwickelt? oder woran erkennen Sie, also meistens hat man ein Personaler gegenüber sitzen. Ich würde solche Fragen stellen. Woran erkennen Sie, dass Sie hier richtig gute Personalarbeit geleistet haben? Oder Skala 1 bis 10. 10 ist, hier ist eine richtig optimale Kultur. Null heißt gar nicht. Wo würden Sie Ihr Unternehmen einschätzen, wie gut hier die Kultur ist? Und wenn dann jemand sagt, eine 9, dann würde ich fragen, okay, und woran erkennen Sie, dass es eine 9 ist? Solche Fragen. Oder ich würde fragen, die letzten Mitarbeitenden, die gegangen sind, was haben die jetzt Ihnen erzählt, warum sie gegangen sind? Das ist halt immer so die Frage. Ich meine, das ist so, man muss da schon sehr offen spielen. Also man kann sich jetzt nicht wahnsinnig arrogant da hinsetzen, so als Millennial und so tun, dann gibt mir mal. Niemand hat Bock, so einen arroganten Fatzke da einzustellen. Aber wenn man das offen spielt, dann sagt, wissen Sie, ich weiß nicht viel über Sie, als das, was ich auf der Website und vielleicht auf Konunu gelesen habe. Konunu ist ja immer so ein schöner Indikator. Aber ich würde gerne mehr über Sie erfahren, wie Sie so ticken. Wenn man das schön framet, könnte man beginnen, Fragen in diese Richtung zu stellen. Wenn ich Menschen davon erzähle, dass ich Unternehmen dabei helfe, dass ihre Mitarbeiter gerne zur Arbeit gehen, das ist der häufigste, nicht Einwand, aber die häufigste Reaktion ist und dieses, ja, wie soll denn ein Fließbandmitarbeiter gerne zur Arbeit gehen? Wie würden Sie in dieser Situation reagieren? Was ist so Ihre Überzeugung, was Sinn in gewerblich-technischen Berufen angeht? Das ist geil. Ich habe vor ein paar Tagen gerade den Lorenz Hansen, das ist der Eigentümer von Gundlauch, Bauern und Immobilien, wir haben hier getroffen, mit ihm lang gesprochen. Der hat genau das Thema. Der hat ganz viele gewerbliche Menschen auf der Baustelle und hat mit denen sich ganz konkret über das Thema Kulturwandel auch auseinandergesetzt. Und da sind dann so ganz einfache Dinge, über die man so, also die haben solche Fragen wie unsere Pausencontainer sind total hässlich oder unsere Arbeitskleidung ist nicht so wie es sein müsste oder wir werden immer mal wieder von Anwohnern angemeckert, weil wir das Auto verstaubt haben oder so. Die Frage ist, was macht diesen Menschen das Leben schwer und was müsste, also ich würde wahrscheinlich mal fragen, woran würden diese Menschen erkennen, dass ihr Leben einfacher wird? Das würde ich sie fragen. Das Bescheideste, was man machen kann, ist daherzukommen und zu sagen, hey, wir haben übrigens jetzt pinke Helme für euch und ihr kriegt jetzt zwischen Weihnachten und Silvester immer frei. Das Ungünstigste, was man tun kann, ist jemandem etwas anzubieten, ohne zu wissen, was eigentlich der Bedarf dieses Menschen ist. Und das ist der wesentlichste Faktor, dass man diese Menschen mitgestalten lässt an der Verbesserung ihres Arbeitsumfeldes. und was das genau bedeutet, das weiß man in den seltensten Fällen. Ich habe vor vielen Jahren mal mit dem Ökofrost-Chef gesprochen. Der hat mit seinen Mitarbeitenden ein eigenes Gehaltssystem erarbeitet. Das war total interessant. Er sagte, er hatte ein paar Ideen, was er glaubte, was die wollen und dann hat er mit denen einen Workshop gemacht und das, was er glaubte, was für die relevant wäre, war total irrelevant. Die wollten was ganz anderes. Ich stolper manchmal über diese Reaktion, weil das sind dann halt zum Teil sehr gut ausgebildete Menschen, akademisch und intelligent. Und das ist so diese erste Reaktion. Die erste Reaktion kommt also gar nicht aus ihrer Welt, sondern das ist so ein, aber wie sollen das denn solche Menschen machen? Ich bin da noch nicht ganz durchgeschieden, warum das als erstes häufig kommt. Das ist ja so eine Skepsis. Ja. Die darauf basiert, die ja gar nicht auf dem eigenen Leben irgendwie basiert, sondern, also so ganz, deswegen fehlen mir da auch gerade die Worte dafür, um das irgendwie adäquat zu beschreiben. Das ist eine Form von Überheblichkeit. Menschen, die nicht so tolle Jobs machen wie ich, die können auch gar nicht glücklich sein. Ja, genau. Das steckt da nämlich so ein bisschen dahinter. Ja. Es kann aber sein, dass sie total glücklich sind. Ich habe gestern, gerade mit meinem kleinen Sohn, der ist viereinhalb, haben wir eine Dokumentation über Feuerwehrmänner gesehen. Und da war einer dabei, der war früher, ich glaube, bei der Bundeswehr und ist jetzt bei der Feuerwehr, sagt, er könnte sich nie wieder was anderes vorstellen. Und ich guckte mir das so an, was die da so machen, das sah auch echt cool aus. Und ich dachte, ich könnte mir das niemals vorstellen. Das hat auch ganz viel damit zu tun, was diese Menschen begeistert. Es gibt Menschen, die finden das total toll am Band, weil sie die drei Kollegen, die sie total cool finden, mit denen jeden Tag zusammen sein können. Oder weil die total technikbegeistert sind. Oder weil sie sagen, ich verdiene hier so viel Kohle bei VW. Ich kann meiner Familie ein Leben erschaffen, was ich vielleicht nirgendwo anders so kreieren könnte. Wir wissen nicht, was diesen Menschen wichtig ist. Und zugleich, es gibt wahrscheinlich auch viele Menschen, die es total doof finden am Band. Aber es ist doch eine totale Arroganz und Überheblichkeit zu sagen, also jemand, der Müllmann ist, der kann doch nicht glücklich sein. Das ist anmaßend. Und wir haben jetzt, Sie haben viel aus Ihrem Leben berichtet, was so Ihre persönliche Potenzialentfaltung anging. Dann habe ich den Versuch unternommen, das Ganze ins Unternehmerische zu heben. Und das ist natürlich, wir haben da jetzt die Themen wirklich nur gestreift. Also ich kann da zur Vertiefung an dieser Stelle ausdrücklich Ihr Buch Führen mit Hirn empfehlen, um auch in diese zahlreichen Beispiele, die Sie nennen, Ekes Granini, Bodo Jansen, nur empfehlen, weil das Buch geht da halt deutlich tiefer, als jetzt dieses Gespräch kann. Dennoch, was können denn unsere Zuhörer in ihrem Leben und auch in ihrem Job tun, um sich in Zukunft mehr auf Montag als auf Freitag zu freuen? Es gibt ja so ein paar Grundfaktoren. Es gibt neurobiologisches Grundbedürfnis von Verbundenheit. Worauf man achten könnte, ist sich zu fragen, okay, was trägt denn dazu bei, dass ich mich bei meiner Arbeit mit anderen Menschen verbundener fühle? Oftmals ist man ja so fokussiert und macht so sein Ding und lässt dann andere Dinge, die ganz wesentlich sind, einfach irgendwie runterfallen. Ich erlebe das ja selbst. Ich liebe ja meine Arbeit und manchmal bin ich so vertieft, dass ich tagelang kaum Kontakt zu anderen Menschen aufnehme, wobei es eigentlich ein Bedürfnis ist, was ich tief in mir trage, ein Verbundenheitsgefühl. Zweitens haben wir das Gefühl von Entfaltung und Gestaltung in uns. Also ich würde mir immer wieder die Frage stellen, wo in meinem Job habe ich die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, damit ich nicht das Gefühl habe, ich bin ja Spielball, sondern ich bin so ein bisschen Spielmacher. Und wenn ich merke, da ist nicht viel, was muss ich tun, damit mir das gewährt wird? Also sowas auch einzufordern. Und die dritte Frage, die ich mal ganz spannend finde, ist die, mit was für inneren Bildern bin ich ja eigentlich unterwegs? Also welche Bedeutung gebe ich dem, was ich da tue? Also Epictet sagt ja schon, es sind nicht die Erfahrungen, sondern es sind die Bedeutungen, die wir den Erfahrungen geben. Und es hat ganz viel mit einem Mindset zu tun. Also fühle ich mich hier als das kleine, arme Opfer, das, das und das und das machen muss? Oder gelingt es mir durch eine andere Fragestellung, dem, was ich hier gerade tue, eine günstigere Bedeutung zu geben? Wir haben 12 Millionen Impulse pro Sekunde, die auf unser Gehirn einströmen. Von diesen 12 Millionen Impulsen filtern wir ganz, ganz viele aus. Und wir können diese Filter dadurch verändern, indem wir unsere, also unsere Aufmerksamkeit verändern. Und wenn ich mich die ganze Zeit frage, warum habe ich so einen Chef? Oder warum muss ich hier sein? Oder ich ändere meine Frage und denke, mal angenommen, es gibt irgendwas, was mir gerade in Gang ist. Was ist das Coole daran, heute hier sein zu können? Oder was ist das Coole daran, so einen Chef zu haben? Wir haben eine Tendenz, die es ganz tief in uns verankert, uns darauf zu fokussieren, was scheiße ist. Um das in der Zukunft zu vermeiden, ist ja auch der Grund, warum so viele Menschen in Deutschland diese schrottige Bild-Zeitung kaufen. Weil man da immer vor Gefahren gewarnt wird. Und Gefahren heißt, Amygdala springt an und es entstehen Emotionen. Dummerweise ist das so. Sonst würde wahrscheinlich eine andere Zeitung dominieren, die nur über Gutes berichtet. Aber wir sind einfach mal so kleine Adrenalin-Junkies, sich automatisch auf das fokussieren, was schlecht ist. Und es ist, unser Gehirn ist nicht dafür konstruiert, uns glücklich zu machen. Sondern es ist ein bewusster Prozess, den wir immer wieder, immer wieder, immer wieder aktiv gestalten müssen. Uns auf das Gelungene fokussieren und nicht auf das, was nicht funktioniert. Und gegebenenfalls gelingt es uns ja mit diesem Gespräch, einen kleinen, bescheidenen Teil dafür beizutragen, dass Menschen diesen Impuls bekommen, nach diesem Glück zu suchen, ganz bewusst und proaktiv. Kommen wir so langsam, aber sicher zum Abschluss unseres sehr ausführlichen Gesprächs. Und zum Abschluss gibt es immer eine ganz spontane Rubrik. Das sind die Halbsätze. Ich beginne einen Satz, Sie beenden ihn spontan. Ob kurz oder lang, das ist Ihnen überlassen. Okay. Ganz in meinem Element bin ich, wenn? Wenn ich auf der Bühne stehe oder vor einer Gruppe von Menschen in meinem offenen Training. Ich bin ein Anlassmacher, weil? Oh, ähm. Ich besonders hohe Ansprüche habe an mich selbst und an das, was ich erschaffe. Wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte? Würde ich jede Minute mit meinem kleinen Sohn verbringen. Was ich bis heute bereue, ist? Kaum etwas. Das ist ein gutes Zeichen. Ich bereue in keinem Fall, dieses Gespräch mit Ihnen geführt zu haben. Gibt es etwas, das Sie unseren Zuhörern noch abschließend mit auf den Weg geben möchten? Ich glaube, wir haben so viel erzählt. Also da müsste das eine oder andere dabei gewesen sein. Herr Burth, Pardigol, ein ausdrückliches Dankeschön für Ihre Zeit, für die Gastfreundschaft, in Ihren Räumlichkeiten. und wir schauen mal, was hier so diese ganzen Videogeschichten ergeben haben. Sie haben zwischendurch hin und wieder mit den Händen geredet und das können die Zuhörer sich dann gegebenenfalls auf YouTube anschauen. Okay. Ansonsten, ja, ein Danke für das wertvolle Gespräch. Gerne. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.